Stahlküsten, glitzerndes Meer und frische Luft, das ist Urlaub an der Ostsee. Nicht nur schöne Strände erfreuen die Meerliebhaber, auch zahlreiche Stahlküsten laden zum Verweilen ein. Genießen Sie eine der vielen Fischspezialitäten und lassen Sie sich bei einem der zahlreichen Wellnessangebote verwöhnen. Spazieren Sie über die beeindruckende Dünenlandschaft oder besuchen Sie die beliebten Inseln Rügen oder Usedom. Die Ostsee ist Erholung pur. Dem Urlaubsgast repräsentiert sich Rügen mit einer naturbelassenen Landschaft, kilometerlangen Sandstränden und einem sonnenverwöhnten Klima. Für Ihren Urlaub an der Ostsee können Sie bei uns ein passendes Ferienhaus auf Rügen buchen. Von dort aus können Sie dann in der sauberen Seeluft schöne und lange Spaziergänge oder Radtouren unternehmen und natürlich auch den berühmten Kreidefelsen einen Besuch abstatten. Maximal 5 Kilometer westlich von Rügen liegt die Insel Hiddensee. Als schmales Band zieht sich dieses Eiland ungefähr 17 Kilometer in Süd-Nordrichtung hin, wobei der 72 Meter hohe Barkenberg im Norden die höchste Erhebung darstellt. Ansonsten überwiegen hier Dünen- und Heidelandschaften. Wenn Sie es ruhig und beschaulich mögen, dann sollten Sie Ihren nächsten Urlaub an der Ostsee hier in Hiddensee verbringen und dafür ein idyllisches, rätgedecktes Ferienhaus mieten. Mit dem Attribut Naturpark und seiner von Wäldern, Hügeln und Binnensee geprägten Landschaft begeistert Usedom Ausflüger und Feriengäste gleichermaßen. Für einen erholsamen Urlaub an der Ostsee finden Sie hier die geeignete Umgebung und die passende Ferienwohnung, von der aus Sie dann auf Entdeckungstour gehen können. Vergnügen Sie sich in einem der vielen Ostseebäder, besuchen Sie die Schmetterlingsfarm in Trassenheide oder nutzen Sie die örtlichen Freizeitangebote für Kinder. Einen Tagesausflug lohnt ebenfalls der neue Botanische Garten in Melentin, wo Sie auf 60.000 Quadratmetern eine vielfältige Flora bewundern können. Ob Sie sich nun für zum Beispiel Rügen, Hiddensee oder Warnemünde entscheiden, Ihr nächster Urlaub an der Ostsee wird Ihnen sicherlich gefallen. Besuchen Sie uns auf www.fevo-direkt.de und buchen Sie noch heute Ihre nächste Ferienunterkunft. Untertitelung des ZDF, 2020